Was geht Leute und herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit Real Madrid Sprint to Glory, geht weiter Leute, lasst gerne Like da, wie immer, wenn euch die Folge gefällt, falls ihr nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten, ich habe hier schon ein paar Transfers klar gemacht, den Kollegen für 235 Millionen, Zon, er ist der neue Zon Leute, eigentlich ist der Bruder von Zon, ich sag's euch, viel zu teuer, 21, 87 Spieler, ist schon hart, aber gut, was soll's, lasst mir mal gerne Like da Leute, ihr wisst es, falls euch gefällt, gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, Tiki einschalten, macht die 1 Millionen Abonnenten voll, macht die 1 Millionen Likes voll, ihr kennt es doch Leute, bleibt bis zum Schluss dran, wie immer für die Watchtime, ihr wisst es, würdet ihr mich mit unterstützen und das Wichtigste, lasst einen Kommentar da Leute, lasst einen Kommentar da, für den Algorithmus, ihr wisst es, wenn die Videos besser angezeigt, unterstützt ihr mich mit natürlich sehr, ich würde mich sehr freuen, wir haben noch den Scheibe hier geholt, 86er Torwart, also, wie immer, gerne kommentieren, welche Mannschaft ihr beim nächsten Mal, in der nächsten Sprint, glaube ich, sehen wollt, nach der Realkarriere geht's ja weiter und, wenn ihr gerne reinschreiben, wie immer, könnt ihr auch gerne reinschreiben, was euer bester Jugendspieler jemals war, ja, ihr wisst es, wir sind immer noch auf der Suche nach einem 99er Jugendspieler, ob es mal klappen wird, ich glaube schon fast nicht, aber man weiß es nicht, wir haben jetzt hier in der Realkarriere einen 94er, da ist es auf jeden Fall, wir brauchen auf jeden Fall ein Tor, weil, äh, äh, letzte Saison hat Courtois aufgehört, ich hab vergessen, beziehungsweise, ich hab vergessen, den Vertrag zu verlängern, ja, den haben wir auch noch, alter, Alessandro Neves, sehr, sehr nice, 89, 21 Jahre alt, freier Spieler, kann man mal machen, äh, also, wie gesagt, letztes Jahr hat Courtois aufgehört, dann hatten wir kurzzeitig keinen Torwart, weil ich vergessen hab, den zu verlängern, dann war Gabi, so, oder, dann war eine Saison Gabi im Tor, ja, sind wir natürlich rausgeflogen, da hab ich die Saison wiederholt, drei, vier Mal und hab gemerkt, und wir sind jedes Mal rausgeflogen und ich hab mir gedacht, Dengar, warum? Und dann bis ich irgendwann dann nach dem dritten oder vierten Mal gemerkt hab, also so, Gabi ist die ganze Zeit im Tor, dann auch nur der kleinste Spieler überhaupt, also das war jetzt nicht so clever, naja, 90.000, 1.000.000.000 reicht das, echt, let's go, und, äh, deswegen haben wir nur noch vorübergehend, weil Donnarumma wollten die nicht verkaufen, ähm, jetzt gucke ich erstmal hier auf die Verträge und auch, dann haben wir vorübergehend Simon im Tor geholt, da seht ihr den, der ist aber schon über 30, aber der hat sich sogar noch um einen Punkt verbessert, Leute, Verträge alle verlängert, let's go, ähm, und Mbappé ist mir auch mal aufgefallen, Mbappé ist einfach auch weg, Mbappé ist einfach ablösefrei irgendwo hingewechselt, aber, ganz ehrlich, egal, man, was soll so, Scheibe kommt auf jeden Fall rein, zack, oh, der Licht ist sogar hoch, gerade sehe ich, auf, äh, 94, läuft, äh, Son muss eigentlich auch rein, aber Vinicius muss eigentlich auch drin bleiben, ähm, erst mal kommt Foden hier, hier kommt Neves hin, Ah, hier haben wir auch noch, wo kann Son denn noch spielen, ja, korrekt, im Sturm kann jeder spielen, Alter, das ist wieder unfassbar, ähm, ich glaube, wir machen es so, pass auf, wir ziehen hier einfach, ne, das würde ich gar nicht, so, so wollte ich es, wir ziehen hier den aufs linke Mittelfeld, Son kann mich auch links Mittelfeld spielen, dann kommen wir nie zu Sieren, so machen wir es erstmal, oder würde ich sagen, starten wir so in die kommende Saison, würde ich sagen, so geht es, äh, Foden, äh, dann wird es hier spielen, natürlich nicht, korrekte Geschichte, Foden muss da bleiben, egal, wird schon funktionieren, Innenverteidiger bräuchten wir auch noch, wir lassen nochmal der Licht da, aber da bräuchten wir auch nochmal so einen richtig freshen, guten Jugendspieler, aber irgendwie auf der Innenverteidiger-Position ist eh immer schwer, wir haben zwar einen jetzt, aber meistens kriegst du halt die sehr, sehr guten Spieler, das seht ihr ja selber hier bei uns in den Karrieren immer nur auf den offensiven Positionen, also ist natürlich auch klar, aber, ähm, dass die offensiven Spieler natürlich auch immer higher rated sind, aber irgendwie so ganz schwacher Verteidiger muss es dann ja nun auch nicht geben, also das könnte, oh, 5 zu 4 verloren, erstes, ersten Pokal also schon mal nicht eingefahren, äh, das könnte man ein bisschen abändern, vielleicht in Zukunft in den Karrieren, dass vielleicht ein paar bessere Jugendspieler dazukommen, ihr seht es, wir haben keinen Supercup, ähm, international, weil Champions League haben wir nicht gewonnen, äh, wir gucken mal, wie wir in die Liga starten, 3 zu 2 gegen Espanol, Barcelona, das ist jetzt auch nicht so gut, Elche, 2 zu 1, ja, immerhin ein bisschen solider als gegen Espanol, aber, na gut, weiter geht's, wir gucken mal, ich muss sagen, Leute, mir macht das Projekt echt mega Bock, ich habe echt, ich hoffe, euch gefällt es auch, mir macht es sehr Spaß, hier die Karrieren zu machen, vor allem, wie sich die Spiele entwickeln, wir werden natürlich jetzt erstmal, wir haben natürlich noch so, ich will wirklich noch so viele Vereine mit euch machen, ich würde am liebsten alle Vereine gleichzeitig machen, aber es klappt ja nicht, oh, Austria und Wien ist bei uns in der Gruppenphase, ähm, deswegen, ich habe mich schon, ich habe, wir haben natürlich noch so viele Top-Vereine, die alle ausstehen, Atletico, Juve, Inter, AC Mailand, äh, Ajax will ich auch noch machen, ich will aber danach auch, wenn wir die Top-Vereine abgeschlossen haben, in die kleineren Ligen gehen, wie zum Beispiel in Belgien, da seht ihr es, wir haben Club Brügge, und, ähm, klar, in diesen kleineren Ligen will ich dann, da werde ich natürlich immer nur die jeweils beste Mannschaft nehmen, in Belgien ist das, denke ich mal, Brügge oder Anderlecht, ähm, in, aber ich habe auch gedacht, wir machen das auch in Ligen, oh, El Clasico gegen Barca, äh, in Ligen, die, wo ich noch nie eine Karriere, ehrlich gesagt, gemacht habe, ja, ähm, ich weiß nicht, eigentlich will ich es nur in den ersten Ligen machen, ich will jetzt nicht irgendwie vierte Liga England oder so, weil da hast du halt, da weiß ich nicht, ähm, aber ich würde schon so ganz gerne in den Top-Ligen, also, beziehungsweise in allen ersten Ligen, Polen, Holland natürlich, klar, Portugal, okay, ist ja schon, Portugal und Ehrenwiese schon etwas größer, aber in diesen kleineren Ligen, äh, Polen und so weiter und so fort, Belgien, würde ich auch ganz gerne, vielleicht am Ende dann von FIFA noch eine Karriere mit machen, schauen wir mal, ja, Supercup steht an gegen Bilbao, danach geht es wieder gegen Bilbao, wir sind gegen Bilbao immer verdammt schlecht, ich weiß auch nicht, aber Bilbao muss verdammt gute Spiele haben, ich weiß nicht warum, die sind immer gut gegen uns, die sind immer gut gegen uns, Pokal 4 zu 2, okay, mussten wir auch gewinnen, nächste Runde, oh, Valencia direkt raus, wir haben auch endlich ja die Saison eingefahren, Leute, also, das ist eine harte Saison, schon wieder Bergamon, müssen wir jetzt auch gewinnen, gegen die sind wir allerdings auch einmal rausgeflogen, in der Champions League, Lassico, haben wir Hinspiel, glaube ich, gewonnen, Rückspiele zumindest, Hinspiel weiß ich nicht mehr, ich glaube aber schon, Bergamon, okay, wir kommen erstmal weiter, wir sind im Achtelfinale, ich sag mal so, Meisterschaft könnte drinnen sein, also nur mal, um auf das Thema Bilbao zurückzukommen, ich weiß nicht warum, AC Mailand, Bilbao hat anscheinend, haben die richtig krass Jugendspieler oder so, Hinspiel verloren, das ist natürlich Kage, Rückspieler auch verloren, das ist natürlich Doppel-Kage, das müssen wir jetzt gewinnen hier gegen, Boa, Atletico dreimal jetzt verloren in Folge, oh mein Gott, also nicht in Folge, ein Sieg war dazwischen, aber, das heißt, wir können wieder nur noch die Meisterschaft einverein, ich muss ehrlich sagen, ne, also in dieser Real, die Real-Karriere, ne, die läuft echt sehr, sehr schlecht, also wir waren wirklich in keiner Karriere, so unkonstant, und so schlecht, wie hier in dieser Real-Karriere, das muss man einfach mal so sagen, wohl oder übel, wie es ist, ne, wirklich, Dortmund-Karriere ging, wir sind durchgerusht, wie sonst was, Dortmund ist auch bislang die einzige Karriere, oder Bayern, in Bayern bin ich glaube ich auch einmal gefeuert worden, Dortmund war bislang die einzige Karriere, wo ich nicht gefeuert wurde, wir sind wenigstens Meister geworden, solide sogar, zwölf Punkten Vorsprung, also mit Dortmund sind wir durchmarschiert, kann natürlich daran liegen, klar, wir haben mit Dortmund eigentlich auch immer mindestens drei, vier Titel jedes Jahr geholt, das muss man auch mal dazu sagen, aber bei Dortmund sind natürlich auch ein bisschen die Anforderungen geringer, ja, also bei Real Madrid, bei diesem Top Bayern, PSG, Real Bayern, da musst du natürlich schon fast die Champions League gewinnen, sonst bist du schon fast gefeuert, bei Dortmund ist es natürlich nicht so der Fall, klar, die wollen immer weit kommen, ihr wisst es ja am Anfang der Karriere stehen da auch immer die Ziele, ich weiß gar nicht, was bei Dortmund steht, vielleicht Viertelfinale, Champions League, wenn es hochkommt, Halbfinale, also von daher sind natürlich die Ziele ein bisschen geringer, wenn du die dann übergriffst, dann sind natürlich alle eh froh, aber, hier bin ich echt ein bisschen überraschiert, weil, klar, unsere Mannschaft ist jetzt nicht so gut zu diesem aktuellen Zeitpunkt, 2030 sind wir mittlerweile, aber unsere Mannschaft bei Dortmund 10 mal besser, weil wir auch viel, viel mehr und bessere Jugendspiele haben, die fehlen uns hier irgendwie, unsere Mannschaft ist ja jetzt nicht schlecht, das kann man ja nicht sagen, also von daher, naja, wir gucken mal ganz kurz, wie sich die Spiele entwickelt haben, ich hoffe dieser Guignard, oder wie er ausgesprochen wird, hat sich verbessert, Vinicius verbessert sich auch nicht so wirklich, uh, Kampus 292, what, aber falsche Position auf einmal, korrekt, manchmal ändert sich das, wird es hoch, oder hier ist ein Pobel, Alter, was ist mit ihm los, direkt an meinem Fenster, liegt hier komplett schilich, 96er, läuft, wird es gleich geblieben, Sandoval hoch, und der Licht auch hoch, Scheibe auch hoch, gutes Jahr würde ich sagen, gutes, gutes Jahr, außer Kammerwinger, da geht gar nichts, das war's Leute von in dieser Folge, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, da ist gerne ein Abo da, falls ihr nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren, Glock aktieren, täglich einschalten, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid, ich hoffe euch gefällt das Projekt hier genauso gut wie mir, lasst einen Kommentar da, wer von diesen Spielern ist euer Lieblingsspieler, schreibt rein, bis zum nächsten Mal oder rein.